Es gibt nur ganz wenige Bücher, denen man das Prädikat epochemachend wird zuerkennen können. Zu ihnen gehört zweifellos der Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler. Spengler selbst hat sich in dem ihm eigenen Sendungsbewusstsein des Propheten ganz bewusst unter diesen Anspruch gestellt. Sein Hauptwerk nannte er einen Kommentar zu der großen Epoche, die von allen dunkel vorgefühlte Philosophie der Zeit. Einen Gedanken von historischer Notwendigkeit, einen Gedanken also, der nicht in eine Epoche fällt, sondern der Epoche macht. Begründet sei er diesen Anspruch durch seine Fähigkeit, die Geschichte der nächsten Jahrhunderte vorausbestimmen zu können. Wörtlich schreibt er im Vorwort zu seinem Hauptwerk Der Untergang des Abendlandes. In diesem Buch wird zum ersten Mal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Es handelt sich darum, das Schicksal einer Kultur, und zwar der einzigen, die heute auf diesem Planeten in Vollendung begriffen ist, der westeuropäisch-amerikanischen, in den noch nicht abgelaufenen Stadien zu verfolgen. Die eigentliche Grundlage einer solchen Zukunftsprognose sah Spengler in der historischen Anamnese, die sich nach Umfang und Tiefe auf die gesamte Menschheitsgeschichte und ihre Hochkulturen erstreckt. Was er anstrebte und zum Teil auch erreichte, war inhaltlich eine Morphologie der Weltgeschichte, methodologisch eine Technik der Vergleiche, aus der sich dann so etwas wie eine Logik der Geschichte und eine gleichsam metaphysische Struktur der historischen Menschheit ergibt. Obwohl an sich unvergleichlich, weil im strengsten Sinne des Wortes individuell, zeigen jene großen Organismen, genannt Hochkulturen, dennoch dieselbe formale Verlaufsgestalt von Kindheit, Reife, Alter und Verfall, aus der sich durchaus, wie Spengler meinte, Rückschlüsse auf die Zukunft unserer eigenen Kultur ziehen lassen. Was Spengler voraussagte, war ein neues, eisernes Zeitalter des Cäsarismus, des Imperialismus und der globalen Kriege und Revolutionen. Und wenn er sich in seinen Prognosen immer wieder auf die eherne Logik der Geschichte berief, so meinte er dies keineswegs im Sinne des wissenschaftlichen Kausalitätsprinzips, in dem er nichts als ein inferiores Vorurteil des Rationalismus erblickte, sondern im Sinne der höheren Notwendigkeit des Schicksals, der man nicht entrinnen könne. In seinem Buch »Oswald Spengler in seiner Zeit« nennt Anton Mirko Koktanek, der Herausgeber des spenglerschen Nachlasses, Oswald Spengler einen Sturmvogel der modernen Futurologie, obwohl dieser selbst das Wort noch nicht gekannt habe und die heutigen Futurologen ihn wohl kaum als einen ihrer Vorläufer anerkennen würden. Wörtlich schreibt Koktanek Seine Futurologie erstrebte nicht Voraussage als Utopie, sondern vorauseilendes Urteil in einer entscheidenden Zeitfrage. Er sah wie Marx den Prüfstein für die Theorie in der Praxis, für den Wert eines Denkens in einem Blick für die großen Tatsachen seiner Zeit. Weltpolitik, Weltstädte, Kapitalismus, Verhältnis der Technik zur Zivilisation, Russentum. Des Weiteren Niedergang der Kunst, Sieg der Weltstadt über das Bauerntum, sozialer Rang des fluktuierenden vierten Standes, Krises im Materialismus, im Sozialismus, im Parlamentarismus. Die Stellung des Einzelnen zum Staate, Eigentums- und Eheprobleme, auf scheinbar ganz anderem Gebiete die massenhaften völkerpsychologischen Arbeiten über Mythen und Kulte, über die Anfänge der Kunst, der Religion, des Denkens. Schließlich unvermindert fortschreitender Imperialismus, Klassenkampf, heraufsteigender Cäsarismus, seine Vorform wird heute als Diktatur bezeichnet, hereinbrechende Wirtschaftskatastrophe, die Verschiebung der Macht vom europäischen Konzert der Großmächte in die weiten Gebiete der gesamten Welt, das Schwinden des Vorrangs der weißen Völker. Spengler war zutiefst davon überzeugt, dass man das Schicksal des historischen Menschen nur dann wirklich verstehen kann, wenn man alle Gebiete seines Wirkens zugleich vergleichend betrachtet und nicht den Fehler begeht, etwa von der Politik, der Religion oder der Kunst allein aus, einzelne Seiten seines Daseins zu erhellen, in dem Glauben, damit schon alles erschlossen zu haben. Dieser zusammenfassende, synoptische Blick war zweifellos Spenglers besondere Stärke und dieses Vermögen der universalhistorischen Über- und Zusammenschau ist es auch, das seinen Prognosen eine beinahe suggestive Überzeugungskraft verleiht, der man sich nur schwer entziehen kann. Ohne Zweifel liegt genau hier die tiefere Ursache jener ungeheuren Wirkung, die der Untergang des Abendlandes, der erste Band war im Sommer 1918 erschienen, auf breiteste Kreise ausübte. Als der erste Band erschien, schlug er ein, wie ein Werk so hohen Anspruchs nie zuvor und auch nie seither eingeschlagen ist. Im Jahre 1919 las und diskutierte alles Spengler. Die Bildungswelt im breitesten Sinn, die aus dem Krieg zurückgekehrte Jugend und die Fachwelt, auch diese im breitesten Sinn, denn welches Fach wäre nicht betroffen gewesen? Schreibt der Kultursoziologe Hans Freier. Allerdings beruhte diese Wirkung zumindest zum Teil auch auf einem weitverbreiteten Missverständnis, das zudem durch den Titel des Hauptwerkes nahegelegt wurde. Der Untergang des Abendlandes scheint darin nicht Niedergeschlagenheit, Resignation, Katastrophenstimmung, kurz Pessimismus anzuklingen. Viele glaubten damals, das Werk sei unter dem Eindruck der deutschen Niederlage entstanden, sei eine Reaktion auf den Zusammenbruch der Mittelmächte und auf das dadurch ausgelöste politische, wirtschaftliche und kulturelle Chaos im Mitteleuropa. In Wirklichkeit hatte Spengler den ersten Anstoß hierzu bereits durch die Marokko-Krise des Jahres 1911 empfangen, in der sich zum ersten Mal, wie er meinte, das neue Zeitalter der Weltkriege und Weltrevolutionen ankündigte. Der Titel stand seit 1912 fest, 1914, bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges war die Arbeit im Großen und Ganzen abgeschlossen und einzig und allein äußere Schwierigkeiten waren dafür verantwortlich, dass sein Erscheinen in die Stunde der deutschen Niederlage fiel. Dass Oswald Spengler unerschütterlich und bis zuletzt an den Sieg der deutschen Sache geglaubt hat, geht aus dem im Vorwort geäußerten Wunsch hervor, dass dieses Buch neben den militärischen Leistungen Deutschlands nicht ganz unwürdig dastehen würde. Dass die Ereignisse einen anderen Verlauf nahmen, als er erwartet hatte, war für Spengler kein Anlass, seine weltgeschichtlichen Prognosen zu überprüfen oder gar zu revidieren. Letztere bezogen sich ja keineswegs auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, sondern auf das mit dem Ersten Weltkrieg angebrochene Zeitalter der globalen Kriege und Revolutionen, in dem das Schicksal der endgültig in die Phase der Zivilisation eingetretenen abendländischen Kultur seiner Vollendung und seinem endgültigen Niedergang entgegengehen werde. Energisch schwandte er sich gegen den Vorwurf des Pessimismus, diese Philosophie müder und schwacher Seelen, wie er sich auszudrücken pflegte. Gewiss ging es ihm um eine Metaphysik des Untergangs, wie der Philosoph Manfred Schröter Spenglers Hauptwerk genannt hat, doch in diesem Untergang auch und vor allem um die diesem Zeitalter innewohnende Größe und um die ungeheuren Möglichkeiten und Aufgaben, denen sich das deutsche Volk endlich gewachsen zeigen müsse. Dazu kommt, dass der Name Spengler gleichsam aus dem Nichts auftauchte und bis dahin in der gelehrten Welt so gut wie überhaupt keine Rolle spielte. Am 29. Mai 1880 in Blankenburg am Harz geboren. Die Vorväter waren süddeutscher Herkunft und hatten im Harzer Bergbau gearbeitet. Der Vater war Postbeamter, von der mütterlichen Seite kam eine stark ausgeprägte ästhetische Komponente hinzu, hatte Spengler in den frankischen Stiftungen in Halle das humanistische Gymnasium absolviert und anschließend Mathematik und Naturwissenschaften studiert. Ein Umstand, der für seinen ausgeprägten Tatsachensinn von entscheidender Bedeutung war. Daneben setzte schon sehr bald das Interesse für Geschichte und Kunstgeschichte ein. Seine Dissertation über Heraklit, eine Studie über den energetischen Grundgedanken seiner Philosophie, lässt in mancherlei Hinsicht bereits den späteren Spengler erahnen. Nicht minder aufschlussreich ist aber auch das Thema seiner zweiten, für das Staatsexamen geschriebenen Arbeit, die Entwicklung des Sehorgans bei den Hauptstufen des Tierreichs, das für Spenglers späteres Denken geradezu den Rang eines Leitmotivs gewann. Noch in seinem Buch »Der Mensch und die Technik« wird das Denken des Auges dem Denken der Hand konfrontiert. Den selbstgewählten Beruf eines Gymnasiallehrers gab er 1911 endgültig auf und übersiedelte nach München der Stadt seiner Wahlverwandtschaft, wo er in einer Kleinwohnung unter besteidendsten Verhältnissen jahrelang an jenem großen Werk arbeitete, dessen Grundidee in anlässlich der Marokko-Krise des Jahres 1911 wie eine Eingebung überkommen hatte. Spengler gehörte zu der heute beinahe ausgestorbenen Spezies derer, die in den schöpferischen Jahren des Lebens durch bewussten Verzicht auf äußere Annehmlichkeiten ein autonomes und konzentriertes Dasein erkaufen. Bedingt durch die widrigen Umstände der Kriegszeit konnte der erste Band, wie bereits erwähnt, erst im Sommer 1918 im Verlag Braunmüller in Wien erscheinen. 1922 folgte dann, diesmal bei CH Beck in München, der zweite Band und bald darauf eine Neufassung des ersten, der zwar in vielen Einzelheiten überarbeitet wurde, in der Grundanschauung jedoch unverändert blieb. Versuchen wir im Folgenden uns die wesentlichen Züge dieses Geschichtsbildes zu vergegenwärtigen. Da wäre zunächst einmal die mit apodiktischer Gewissheit vertretene Grundthese, die Menschheit als solche ist kein reales Wesen, sondern ein zoologischer Begriff. Eben darum hat die Geschichte im Ganzen keinen Sinn, kein Ziel. Und wenn wir an der Idee einer einheitlichen Menschheitsgeschichte nach wie vor festhalten, etwa im evolutiven Sinne einer fortschreitenden Kulturentwicklung, so handelt es sich dabei um eine typisch abendländische Vorstellung, die ausschließlich auf dem Boden der faustischen Kultur entstehen konnte und mit dieser unweigerlich verschwinden wird. Vom Gipfelpunkt jener universalhistorischen Schau aus gesehen, die Spengler für sich beanspruchte, ist daher die Idee einer einheitlichen Geschichte der Menschheit eine Illusion. Damit treibt Spengler den Historismus des 19. Jahrhunderts auf die Spitze. Der historische Relativismus wird, auf die Universalgeschichte bezogen, total. Im Scheidewasser jenes radikalen Skeptizismus, in dem Spengler die einzige, sich auf der Höhe der Zeit befindende Philosophie erblickte, löst sich nicht nur die Idee einer Menschheitsgeschichte in nichts auf, auch die historische Denkweise selbst hebt sich auf und schlägt um in die Einsicht in das schöne, aber zwecklose Spiel der lebendigen Natur. Doch was bedeutet in einer solchen Auffassung dann noch Weltgeschichte? Für Spengler ist sie identisch mit dem Plural der großen Kulturen, die nach oder nebeneinander je in ihrer Landschaft aufblühen und vergehen. In den rund sechs Jahrtausenden, die wir überblicken können, hat dieser Vorgang achtmal stattgefunden. Spengler unterscheidet die ägyptische, babylonische, chinesische, indische, magische, mexikanische, antike und abendländische Kultur, die seit 1800 endgültig in die Phase der Zivilisation übergegangen ist. Eine neue Kulturwerdung scheint sich ihm unter den westlich überfremdenden Formen des Petrinismus und des Bolschewismus in den russischen Ebenen anzubannen. Obwohl das Werden und Vergehen der Hochkulturen darin dem schönen, aber zwecklosen Spiel der Natur gleich ohne erkennbaren, umgreifenden Sinn ist, sind die jeweiligen individuellen Einzelkulturen Organismen von strengster Bauart. Und ihre je tausendjährige Biografie besitzt durchaus eine sinnvolle Verlaufsgestalt von innerer, schicksalhafter Notwendigkeit. Hier ist nichts Zufall, sondern dem physiognomisch geschulten Blick des Morphologen erschließen sich gleichbleibende Gesetzmäßigkeiten, die einen Vergleich der Kulturen überhaupt erst ermöglichen. In einer Vorzeit von mehreren Jahrhunderten erwacht die Seele einer Kultur, das heißt, aus dem Dämmer geschichtslosen Lebens hebt sich die jeweils spezifische Form des Wachseins heraus, die ihr eigentümlich ist. Dies geschieht dadurch, dass sich die von der Kultursäle empfundene und erfüllte Welt in die Dimension der Tiefe erstreckt und zum charakteristisch geformten Raum wird. Jede Kultur wählt schicksalhaft die ihr zugehörige Raumstruktur und Deutung der Tiefe. Die abendländische Kultursäle, den unendlichen Raum, die Antike, den wohlgeordneten endlichen Kosmos, die ägyptische, die Idee des Lebenspfades, der durch den Raum wie durch labyrinthische Gänge hindurchführt, die magische Seele, das heißt die Kultur des ersten nachchristlichen Jahrtausends auf dem Boden des alten Byzants und der arabisch-islamischen Welt, den Höhlenraum, in den das Licht von oben einfällt. Die Wahl dieses Ur-Symbols, wiederum eine Grundkategorie Spenglers, entscheidet über alles Weitere. Seine erste Gestaltwertung erfolgte im Mythos, der am Anfang jeder Kultur steht. In der Folge legte es sich dann, ohne als solches zutage zu treten, in Baustilen und Kunstwerken, in den Systemen der Wissenschaft, in Rechtsordnungen, Staatsverfassungen und Wirtschaftsordnungen aus. Mit sicherem Instinkt wählt jede Kultur jene Kunstgattung aus, in der sie sich am besten auszudrücken vermag. Die Antike, den Tempelbau und die Plastik, die streng monotheistische, magische Kultur, den Kuppelbau und das Mosaik. Spengler sprach einmal angesichts der Hagia Sophia von der Urmoschee, das Abendland schließlich, die Ölmalerei und die Instrumentalmusik. Durchaus symbolischen Charakter hat für Spengler auch die Zahl. Jede Kultur hat ihre eigene Mathematik, wie sie auch ihre eigene Wissenschaft hat. Runde tausend Jahre sind jeder Kultur als Lebenszeit zugemessen. Dann ist ihre innere Lebenskraft erschöpft, mögen ihre erstarrten Formen auch noch Jahrhunderte überdauern. Denn so will es das Schicksal. Nachdem sie 30 Generationen lang geblüht und die Fülle ihrer inneren Möglichkeiten verwirklicht hat, erstarrt jede Kultur zur Zivilisation. Keine entgeht diesem Schicksal und genau dies nennt Spengler Untergang. Ein weiterer Grundbegriff der spenglischen Geschichtsanschauung ist jener der Gleichzeitigkeit, der sich aus der vergleichenden Morphologie der Kulturen beinahe zwangsläufig ergibt. Spengler sieht darin geradezu eine strenge Methode zum physiognomischen Verständnis geschichtlicher Phänomene, ja zu ihrer Rekonstruktion. Gleichzeitigkeit im Sinne Spenglers bedeutet, dass geschichtliche Phänomene, die dem Raum und der Zeit nach durch tausende von Kilometern oder Jahren voneinander getrennt sind, im morphologischen Sinne nichtsdestoweniger zusammengehören, weil sie in der Verlaufsgestalt zweier oder mehrerer Kulturen denselben historischen Stellenwert besitzen. Homologe Bildungen sind beispielsweise die Pyramiden des Alten Reichs und die gotischen Dome. Pythagoras und Descartes, Archimedes und Gauss sind Zeitgenossen. Napoleon ist der abendländische Alexander, Xi Huangti der chinesische Augustus. Gleichzeitig, nämlich spätester Herbst und Übergang zur Zivilisation, sind die Hyksos-Zeit in Ägypten, das Zeitalter der punischen Kriege und das der europäischen Weltkriege. Der Buddhismus, die Stoa und der Sozialismus entsprechen einander als die Welt- und Lebensanschauungen der anbrechenden Zivilisation. Zwischen den einzelnen Hochkulturen, die wie fensterlose Pyramiden aus der Ebene emporragen, gibt es keine Einwirkung aufeinander, keine Erbfolge. Rezeptionen und Renaissance betreffen stets nur Äußerliches, denn Bedeutungen sind unübertragbar. Es gibt daher auch keine durchgehende Geistesgeschichte, Religions- und Kunstgeschichte. Nur eine einzige Möglichkeit des Wirkungszusammenhangs zwischen den Kulturen erkennt Spengler an, nämlich die Pseudomorphose, ein Begriff, der bekanntlich aus der Mineralogie kommt. Sie stellt sich immer dann ein, wenn eine alternde oder bereits zur Zivilisation erstarrte Kultur so mächtig über den Land liegt, dass eine Junge, die in diesem Raum aufzublühen in Begriffe ist, nicht zu ihrer Entfaltung gelangen kann. Die neue Kultur wird dann in fremde Hohlformen hineingepresst und im Extremfall um ihre eigene Blüte betrogen. Das interessanteste Beispiel einer solchen weltgeschichtlichen Pseudomorphose war für Spengler die magische Kultur, in deren Entdeckung er einen Beweis für die Richtigkeit seiner Methode sah. In die Vorzeit der prophetischen Religionen zurückreichend und im Zeitalter des Augustus geboren, stand die magische Kultur während ihrer ganzen Lebenszeit unter dem Bann älterer Zivilisationen, zuerst der babylonischen und später dann der antiken, und eben darum sei die Einheit ihrer Vormannssprache bislang nicht gesehen worden. Ein aktuelleres Beispiel einer Pseudomorphose war für Spengler die im Entstehen begriffene russische Kultur, von der er zumindest eine Zeit lang glaubte, dass sie die abendländische Kultur ablösen werde. Auch hier zunächst eine starke Überfremdung durch die eindeutig an westlichen Vorbildern orientierte Herrschaft Peter des Großen und des marxistischen Bolschewismus. Spengler war jedoch zutiefst davon überzeugt, dass die Urkraft der russischen Seele, die er vor allem in den Werken Dostoevskys verkörpert sah, diese Fremdformen sprengen und eine Kultur eigener Art hervorbringen wird. Wie immer, wenn plötzlich ein neuer Gedanke auftaucht, wurde auch im Falle Spengler die Frage nach möglichen Vorläufern laut. Seinen Kritikern warf Spengler vor, dass sie, statt sich mit der zentralen Idee des Werkes auseinanderzusetzen, hartnäckig ideengeschichtliche Ahnenforschung betrieben. Ich habe auf diese Weise mehr als 50 Vorläufer kennengelernt, darunter Lambrecht, Dilltey und sogar Bergson. Inzwischen werden es weit über 100 geworden sein. Hätte ich auch nur die Hälfte davon lesen wollen, so wäre ich heute noch nicht zu Ende. Die beiden Denker, von denen ich mich durchaus abhängig fühle, sind Goethe und Nietzsche. Wer Vorgänger in den letzten 20 Jahren aufstöbert, scheint gar nicht zu ahnen, dass alle diese Gedanken, und zwar in weit vorausgreifender Fassung, schon in Goethes Prosa-Schriften und Briefen enthalten sind. Die Folge von Frühzeit, Spätzeit und Zivilisation zum Beispiel in dem kleinen Aufsatz Geistesepochen. Und dass es gar nicht möglich ist, heute etwas auszusprechen, was nicht in Nietzsches Nachlassbänden berührt wäre. In dem zu Beginn der 20er Jahre einsetzenden Streit um Spengler ging die Kritik, sofern er sich nicht in der Widerlegung unrichtiger Details erschöpfte, in eine doppelte, ja entgegengesetzte Richtung. Bemängelten die einen die uferlosen Analogieschlüsse und Generalisierungen der universalhistorischen Methode, durch die die Besonderheit, Individualität und Unvergleichlichkeit des geschichtlichen Einzelfalls zu kurz kommt, so beanstandeten die anderen Spenglers Konzept der Kulturen als in sich geschlossener Größen, weil darin das Individuationsprinzip auf die Spitze getrieben wird und so selbst die Möglichkeit einer sich im Laufe der Geschichte herausbildenden universalen Menschheitskultur außer Betracht bleibt. Im Grunde hatten beide Arten von Kritikern Recht und es mag hier zunächst dahingestellt bleiben, ob diese Tatsache für oder gegen Spengler spricht. So schrieb beispielsweise der bekannte deutsche Historiker und Spenglers späterer Freund Eduard Mayer im Jahre 1922. Im Allgemeinen kann ich nur sagen, dass mir bei dem Streben nach einer einheitlichen, universalen Auffassung der Geschichte viel zu viel konstruiert und oft aus Analogien und Parallelerscheinungen zu viel gefolgert ist und dadurch Begriffe geschaffen sind, mit denen ich nichts anzufangen vermag, wie zum Beispiel der der arabischen Kultur, die bei ihnen eine so große Rolle spielt. Für meine Denkweise kommt dabei die unendliche Mannigfaltigkeit aller Geschichte und die Besonderheit des Einzelfalls zu sehr zu kurz. Und in einem Brief des protestantischen Religions- und Kirchenhistorikers Adolf von Harnack aus dem Jahre 1919 heißt es unter anderem, Meine Kritik bezieht sich selten auf die Querschnitte in ihrer Darstellung. Vielmehr habe ich da, wenn ich auch nicht allen Einzelnen zu folgen vermag und mir manches gekünstelt erscheint, außerordentlich viel gelernt. Aber ihre Längsschnitte, sowohl als auch die Bestimmung der einzelnen Kulturen nach Anfang und Ende, haben einen sehr lebhaften Widerspruch in mir hervorgerufen, der sich folgerecht auch auf die Parallelismen ausdehnen musste. Ich finde da so viel Unbewiesenes, Dogmatisches, also Arbiträres, dass mir dies Gefüge ihrer Arbeit sehr zweifelhaft erscheint. Auch die einseitige Beurteilung der Kulturen als geschlossene Größen scheint mir fehlerhaft gegenüber ihrem Kettengliedartigen ineinandergreifen, mögen dabei auch die Kettenglieder neue Werte erhalten haben. Damit hängt die große Frage zusammen, ob sie nicht zu schnell den Gedanken beseitigt haben, dass sich doch durch den Wechsel der verschiedenen Kulturen, das Werden einer, sei es auch nur in allgemeinen Zügen, zu fassenden Kultur hindurchzieht. Und an dieser Frage hängt wiederum die letzte, ob Objektivität, Wahrheit, Werte nur Träume sind, oder ob die Entwicklung unserer Kulturen uns nicht doch durch Befreiung von Illusionen diesen unerreichbaren Zielen näher bringt, deren bloßes Denken schon etwas Respektables ist. Indessen wurde die im Untergang des Abendlandes vorgenommene Gleichsetzung der Menschheitsgeschichte mit jener der monadenhaft geschlossenen Hochkulturen auch für Spengler mehr und mehr fragwürdig. Dies gilt zunächst für die Ur- und Frühgeschichte, mit der er sich, angeregt durch Leo Frobenius, seit der Mitte der 20er Jahre intensiv beschäftigte. Bisher hatte ihn ausschließlich die Geschichte im höchsten Licht interessiert, nämlich die Welt der Hochkulturen als die potenzierteste, am meisten bewusste und durchformte Geschichte. Jenseits dieser in ihren Konturen scharf umrissenen Gestalten begann für ihn das Reich der Zoologie. Naturgemäß bedingte diese Fixierung des Blicks auf eine Vielheit voneinander völlig unabhängigen Kulturen das Unscharfwerden des gesamtmenschheitlichen Hintergrunds. Im Zuge seiner ur- und frühgeschichtlichen Studien begann jedoch dieser Hintergrund für Spengler mehr und mehr Gestalt anzunehmen und gerade in der Vorvergangenheit der menschlichen Kultur schien die gemeinsame Wurzel der historischen Menschheit greifbar oder zumindest doch erahnbar zu werden. Der Paläontologe Edgar Dackey, der selbst ein Gestaltforscher von hohen Graden war und Biologie und Mythos in kühner Anwendung des biogenetischen Grundgesetzes zu einer synthetischen Einheit verband, die Erdgeschichte und Menschheitsgeschichte in gleicher Weise umfasste, hatte bereits 1922 in einem Brief an Spengler für die Annahme des gemeinsamen Ursprungs der Menschheit im Mythos plädiert. Ich glaube, ich kann Ihre mythische Zeit tief hinunter in die Urmenschheit nachspüren. Und Sie müssten es sich schon gefallen lassen, wenn ich Ihnen vielleicht, ich weiß es noch nicht sicher, schließlich die gemeinsame mythische Grundlage der Menschen aller Kulturen noch nachweise oder wahrscheinlich mache. Dererlei Gedanken erschienen Spengler jetzt ganz und gar nicht mehr so abwegig, hatten ihn doch seine eigenen urgeschichtlichen Studien auf die gleiche Fährte gebracht. Leider ist Spenglers zweites Hauptwerk Urfragen, Entwurf einer Geschichte des Menschen von seinem Ursprung an, das er seit 1925 immer wieder ankündigte, nur Fragment geblieben, sodass wir über die Änderungen seiner Grundanschauungen nur Mutmaßungen anstellen können. Ebenso wenig wissen wir, ob äußere Umstände, wie beispielsweise Spenglers starkes politisches und schriftstellerisches Engagement die Vollendung dieses Werkes verhindert haben, oder ob Spengler am Ende so sehr im Banne seines ersten Systementwurfes stand, dass er sich zu dessen Revision nicht entschließen konnte. Doch nicht nur der Ursprung der historischen Menschheit erschien Spengler nunmehr in einem ganz anderen Licht. Auch im Hinblick auf die Zukunft eröffneten sich ihm ganz neue weltgeschichtliche Perspektiven. Hatte er früher die Reihe der Hochkulturen zur russischen Hinweiter gedacht, die gerade eben in ihrer Vorzeit stehe, so fällt nunmehr der Ausdruck, die abendländische Kultur vielleicht die letzte der großen Hochkulturen. Der erdumspannende Prozess der modernen Zivilisation wäre dann nicht mehr eine Spätzeit unter anderem, sondern eine neue, vielleicht sogar die letzte Phase der Weltgeschichte überhaupt. Den Untergang des Abendlandes kann man auch als eine Theorie weltgeschichtlicher Spätzeiten lesen. Man liest ihn dann bestimmt nicht falsch, vielleicht sogar erst richtig. Die Zivilisation als die Spätphase der Kultur, ihrer inneren Gesetzmäßigkeiten, ihrer spezifischen Aufgaben und Chancen, das ist das offen geheime Hauptthema des Werks. Und das ist der entscheidende Begriff, den Spengler seiner und unserer Zeit eingeprägt hat. Schreibt der Kultursoziologe Hans Freier. Allein auch der Begriff der Spätzeit ist, wie so vieles bei Spengler, so tiefst ambivalent, ja widersprüchlich. Thomas Mann hat das klar gesehen, als er schrieb, Man stellt eine solche Lehre nicht auf, ohne ein Konservativer zu sein, ohne in seinem Herzen Form und Kultur zu bejahen und die zivilisatorische Zersetzung zu verabscheuen. Die Kompliziertheit und Perversität des Spenglerschen Falles besteht nun darin, dass er trotz dieses heimlichen Herzenskonservativismus nicht die Kultur, sondern die Zivilisation bejaht, sie mit fatalistischer Wut in seinen Willen aufnimmt, denn die Zukunft gehöre ihr, was er verneint, indem er es prophezeit, er stellt es dar, er selbst ist Zivilisation. Dieser nie gelöste existenzielle Konflikt bringt auch Spenglers Spätzeitlehre ins Zwielicht. Auf der einen Seite dominieren durchaus die negativen Aspekte, hier macht Spengler aus seinem konservativen Herzen keine Mördergrube. Das Schöpferdom ist erloschen, Müdigkeit breitet sich aus, die Vitalität zerfällt. Ist das Wesen aller Kultur Religion, so das Wesen aller Zivilisation Irreligion? Das Erlöschen des Seelentums drückt sich durch Skepsis vorbereitet in Atheismus und Nihilismus aus und hier spricht Spengler, der von sich bekannte, seit seinem 15. Lebensjahr keinerlei religiösen Glauben mehr zu haben, durchaus pro domo. Mit der Religion erlischt dann auch die große Metaphysik, an ihre Stelle tritt die praktische Lebensphilosophie. Die Kunst wird zum Kunstgewerbe, zum Spiel mit primitiven und exotischen Formen. Überall Dekadence, Schauspielerei, Nervenkitzel. Man könnte heute alle Kunstanstalten schließen, ohne dass die Kunst davon berührt würde. Modernität hält Abwechslung für Entwicklung. An die Stelle der großen Schicksalsfragen treten soziale, sexuelle und Ernährungsprobleme. Die Welt statt aus der Höhe wie Eisschilos, Platon, Dante, Goethe, aus dem Gesichtspunkt der alltäglichen Notdurft und andrängenden Wirklichkeit sehen, das nenne ich die Vogelperspektive des Lebens mit der Froschperspektive zu vertauschen. Der Mensch der Zivilisation ist... Der formlos durch Großstädte flutende Pöbel, die wurzellose Masse, Agora-Besucher Roms, der moderne Zeitungsleser, der Gebildete. Die Zivilisation ersetzt Ideen durch Zwecke, Symbole durch Programme, die Quantität ersetzt die Qualität, die Verbreitung die Vertiefung. Sie wertet ihre Mittel nach der Zahl der Erfolge. Sie setzt an die Stelle des Denkertums früher Zeit die intellektuelle männliche Prostitution in Rede und Schrift. Die beginnende Zivilisation ist das Klimakterium einer Kultur. Das Erlöschen der seelischen Kräfte findet seine Entsprechung im Erlarmen der vitalen Fruchtbarkeit. Der Geburtenreichtum ursprünglicher Bevölkerung ist eine Naturerscheinung, über deren Vorhandensein niemand nachdenkt, geschweige denn über ihre Nutzen oder Schaden. Jetzt aber taucht das Ibsen-Vibe auf, die Kameradin, die Heldin einer ganzen weltstädtischen Literatur, vom nordischen Drama bis zum Pariser Roman. Statt der Kinder haben sie seelische Konflikte. Die Ehe ist eine kunstgewerbliche Aufgabe und es kommt darauf an, sich gegenseitig zu verstehen. Es ist gleichgültig, ob eine amerikanische Dame für ihre Kinder keinen zureichenden Grund findet, weil sie keine Season versäumen will, eine Pariserin, weil sie fürchtet, dass ihr Liebhaber davon geht, oder eine Ibsen-Heldin, weil sie sich selbst gehört. Sie gehören alle sich selbst und sie sind alle unfruchtbar. Jede hohe Kultur ist ständig gegliedert. Adel, Priestertum und Bauernstand. Der dritte Stand, einstmals mit der Opposition im Ständestad identisch, löst jedoch die alte Ordnung auf. Für Spengler war das Bürgertum der Nicht-Stand schlechthin, weil es nicht dem Range nach, sondern nach Köpfen zählt. Freiheit, lautet jetzt die allgemeine Devise. Freiheit der Wirtschaft für den Gelderwerb, Freiheit der Wissenschaft in der Kritik, Wobei in allen großen Entscheidungen der Geist in Büchern und Versammlungen das Wort führt, Demokratie, und das Geld den Vorteil zieht, Plutokratie, und das Ende nicht Sieg der Ideen ist, sondern der des Kapitals. Doch der Sieg des Bürgertums und des Liberalismus ist nicht von Dauer. Der sogenannte vierte Stand kommt herauf und der ist reine, formlose Masse. In dem Masse aber, als der Staat zunehmend unregierbar wird, wird auch die Politik zur Gewaltpolitik von Cäsaren. Dies bedeutet auch das Ende des Kapitalismus. Die Zivilisation beginnt mit der Diktatur des Geldes über die Macht, Kapitalismus, und endet mit der Diktatur der Macht über das Geld, Cäsarismus. Nun erst beginnt das Zeitalter der Riesenkämpfe. Wenn vorher selbst die scheinbar ideenloseste Macht noch in irgendeiner Weise der Idee diente, so ist in der späten Zivilisation selbst der überzeugendste Schein einer Idee nur die Maske für rein zoologische Machtfragen. Demgegenüber steht die Tendenz weiter Kreise, sich von solchen sinnlosen Kämpfen in das Refugium reiner Innerlichkeit zurückzuziehen. Sei es in die von Spengler sogenannte zweite Religiosität, in der er das notwendige Gegenstück zum Cäsarismus sah, sei es aber auch in die Ideenwelt eines weltfremden Kosmopolitismus und Pazifismus, aber... Kosmopolitismus ist Literatur, sehr stark in den Gründen und sehr schwach in ihrer Verteidigung, nicht mit neuen Gründen, sondern mit dem Blute. Die geborenen Weltbürger und Schwärmer für Weltfrieden und Völkerversöhnung sind die geistigen Führer des Verlachentums. Denn der Weltfriede enthält den privaten Verzicht der ungeheuren Mehrheit auf den Krieg. Damit aber auch die uneingestandene Bereitschaft, die Beute der anderen zu werten, die nicht verzichten. Es endet damit, dass niemand die Hand rührt, sobald das Unglück nur den Nachbarn trifft. Man sieht, wie hier der Begriff der Spätzeit immer wieder ins Positive umschlägt. Wie Spengler, um nochmals Thomas Mann zu zitieren, die Zivilisation geradezu mit fatalistischer Wut in seinen Willen aufnimmt und innerlich bejaht. Amor fati. Dieser heroische Nihilismus, wie ich ihn nennen möchte, wird rationalisiert durch Spenglers vorgeblichen Realismus der Tatsachen, die sich nun einmal um unsere Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche nicht zu kümmern pflegen. Es handelt sich nicht mehr darum, nach dem privaten Geschmack einzelner und ganzer Massen die Dinge und Ereignisse im Hinblick auf eine rationalistische Tendenz, auf eigene Wünsche oder Hoffnungen hinzudeuten. An die Stelle des »So soll es sein« oder »So sollte es sein«, tritt das Unerbittliche »So ist es« und »So wird es sein«. Eine starke Skepsis macht den Sentimentalitäten des vorigen Jahrhunderts Platz. Wir haben gelernt, dass Geschichte etwas ist, das nicht im Geringsten auf unsere Erwartungen Rücksicht nimmt. Oswald Spengler, der sich auch als Denker immer als Täter verstand, wollte insbesondere die Deutschen dazu aufrufen, sich aus ihren provinziellen Haften an Vergangenen zu lösen und die durch die Stichworte Imperialismus, Technokratie und Sozialismus bezeichneten Notwendigkeiten des neuen, eisernen Zeitalters entschlossen zu ergreifen. Ich lehre hier den Imperialismus, als dessen Petrifakt Reiche wie das ägyptische, chinesische, römische, die indische Welt, die Welt des Islam, noch Jahrhunderte, Jahrtausende bestehen bleiben. Imperialismus ist reine Zivilisation. Ausdehnung ist alles. Nicht von ungefähr schaust Spengler in Cecil Rhodes den repräsentativen Typ des neuen Zeitalters. Notwendig ist aber auch die illusionslose Hinwendung zur Technologie und Technokratie und den daraus resultierenden Aufgaben weltweiter Planung und Organisation. Sinnlos ist daher das sentimentale Haften an vergangenen kulturellen Werten. Bezeichnet ist hier der Ausspruch Spenglers für die prachtvollen, hochintellektuellen Formen eines Schnelldampfers, eines Stahlwerks, einer Präzisionsmaschine, die Subtilität und Eleganz gewisser chemischer und optischer Verfahren sei er gerne bereit, den ganzen Stilplunder des heutigen Kunstgewerbes samt Malerei und Architektur dahin zu geben. Notwendig im Sinne des historischen Schicksals ist schließlich auch der Sozialismus als die repräsentative Lebensform unserer Zivilisation. Was seine Freunde und Feinde von ihm sagen, dass er die Gestalt der Zukunft oder dass er das Zeichen des Niedergangs sei, ist gleich richtig. Wir alle sind Sozialisten, ob wir es wissen und wollen oder nicht. Selbst der Widerstand gegen ihn trägt seine Form. Der ethische Sozialismus ist das überhaupt erreichbare Maximum eines Lebensgefühls unter dem Aspekt von Zwecken. Er ist kein System des Mitleids, der Humanität, des Friedens und der Fürsorge, sondern des Willens zur Macht. Diesen Sozialismus als ethische Form des Willens zur Macht sah Spengler in der Idee des Preußentums vorgezeichnet. Was von dem Sozialismus der heutigen Programme realisiert werden wird, ist genau das, was der Hohenzollernstaat von jeher wollte. Organisation der Produktion, des Verkehrs durch den Staat. Jeder ein Diener des Staates, also unliberale und autoritative Formen schroffster Art. Ich sehe voraus, dass das altpreußische Element mit seinem ungeheuren Schatz an Disziplin, Organisationskraft und Energie hier die Führung übernehmen wird. Und dass der anständige Teil der Arbeiterschaft ihm zur Verfügung steht gegen den Anarchismus, in dem die Spartakusgruppe mit dem Linksliberalismus der Judenzeitungen, Winkelliteratur, Börsianer und Doktrinäre merkwürdig verwandt ist. Aber das braucht Zeit. Wir müssen wie das Frankreich von 1793 das Unglück bis zu Ende durchmachen. Wir brauchen eine Züchtigung, gegen die die vier Kriegsjahre noch harmlos sind, bis die Zeit für die kleine Gruppe gekommen ist, die 1813, 1813 wie 1870 zur Führung berufen war. Preußischer Adel und preußisches Beamtentum, die tausende unserer Techniker, gelehrten Handwerker, Arbeiter mit preußischen Instinkten. Bis vor allem auch der Terror eine solche Empörung und Verzweiflung angesammelt hat, dass eine Diktatur irgendetwas Napoleonisches allgemein als Erlösung empfunden wird. Aber dann muss Blut fließen. Je mehr, desto besser. Eine lächerliche Nachgiebigkeit in Form von Mehrheitsregierungen und Duldung aller Meinungen, wie sie unsere lächerlichen Literaten von der Nationalversammlung erträumen, ist gar nicht möglich. Erst Gewalt, dann Aufbau. Und zwar nicht durch den politischen Dilettantismus von Mehrheiten, sondern durch die überlegene Taktik weniger, die für die Politik geboren und berufen sind. Diese kurze Stelle aus einem Brief aus dem Jahre 1918 gibt einen kleinen Vorgeschmack auf den Ton, der in Spenglers sogenannten politischen Schriften herrscht, die zwischen 1919 und 1933 entstanden sind und durchwegs auf die deutsche Nachkriegssituation Bezug nehmen. Preußentum und Sozialismus, 1919, Neubau des Deutschen Reiches, 1924 und Jahre der Entscheidung, 1933, um nur die wichtigsten zu nennen. Der Ton ist durchwegs von schneidender Schärfe eher hasserfüllt. Maßlose Urteile über die Weimarer Republik verbinden sich mit einer radikalen Absage an alle demokratischen Ideale und Traditionen des Westens und die Nähe zur nationalsozialistischen Gedankenwelt ist streckenweise geradezu mit Händen zu greifen. Dennoch war Spengler, die historische Gerechtigkeit gebietet dies zu sagen, keineswegs ein Parteigänger Hitlers. Ja, seine anfängliche skeptische Distanz verwandelte sich zunehmend in offene Ablehnung bis in die neuen Machthaber schließlich selbst in Acht- und Bantaten und nach einer kurzen Hetzkampagne eine Mauer des Schweigens um ihn errichteten. Als Spengler in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 1936 einen Herzschlag erlag, war er in der deutschen Öffentlichkeit so gut wie völlig isoliert. Nichtsdestoweniger wird man fragen müssen, ob Oswald Spengler als exponierter Vertreter der nationalen Rechten durch seine Verkündigung des Imperialismus, seine Verherrlichung des nackten Gewalt- und Machtstaates und der modernen Barbarei durch die ständige Verwendung der Redewendung vom Raubtier-Mensch letztlich nicht doch der braunen Gewaltherrschaft den Boden bereitet hat. Ganz abgesehen von Begriffen wie Blut, Instinkt, Seele, Rasse und Schicksal, die für Spengler zentral waren, aber auch im Wörterbuch des Unmenschen zu finden sind. Und hatte der Nationalsozialismus nicht genau das verwirklicht, was Spengler predigte? Hatte am Ende jener parteioffizielle Kritiker doch recht, der 1933 in einer Rezension der Jahre der Entscheidung schrieb, Spengler erkenne sichtlich seine eigenen Ideen, da die Wirklichkeit der Geschichte sie ihm darbiete, nicht wieder? Wie dem auch sei, Man wird Spengler nicht ganz davon lossprechen können, dem Nationalsozialismus den Boden bereitet zu haben, auch wenn er seine Ideen darin nicht wiedererkennen konnte oder wiedererkennen wollte. Darin liegt die Tragik nicht nur Oswald Spenglers, sondern auch jener anderen intellektuellen Vertreter der nationalen Rechten, die Armin Mohler unter dem paradoxen und doch treffenden Begriff konservative Revolution zusammengefasst hat. Das Revolutionäre für gewöhnlich als konservative enden ist schlimm genug. Doch wenn ihrem Inneren Naturell und ihrer Tradition nach Konservative plötzlich Revolutionäre werden wollen, so endet dies fast immer fatal. Oswald Spenglers heroischer Nihilismus, der genau das bejaht, was er im Grunde seines Herzens eigentlich verabscheut, ist dafür ein anschauliches Beispiel. So sehr uns Oswald Spengler auch heute noch oft verblüffende Einsichten in weltgeschichtliche Zusammenhänge vermitteln kann, so wenig wird man übersehen können, dass die von ihm nach wie vor ausgehende Faszinationskraft im Grunde auf einer ungebührlichen Vereinfachung der Dinge beruht. So gesehen gehört Spengler zu den schrecklichen Vereinfachern und gerade als solcher ist er auch zum großen Verführer geworden. Seine konservative Kulturkritik der 20er Jahre hat genau das antizipiert, was die progressive Kulturkritik der 60er und 70er Jahre aus einer marxistischen Perspektive entwickelt hat. Beiden gemeinsam ist der Versuch, die Komplexität der historischen Wirklichkeit auf einfache Formeln zu reduzieren, die Situation durch einen revolutionären Gewaltakt von rechts oder links zu ändern und so das Gesetz des Handelns an sich zu reißen. Im Grunde blieb Spengler zeitlebens, darüber vermag auch sein ausgeprägter Tatsachensinn nicht hinwegzutäuschen, der Spätromantik und dem dieser ingewohnerten Widerspruch zwischen ihren retrospektiven und prospektiven, ihren bewahrenden und destruktiven Tendenzen verhaftet. Wie wir gehört haben, vermochte Spengler diesen Widerspruch niemals mit theoretischer Unerbittlichkeit zu lösen. Vielmehr versuchte er sich in einer rein artistischen Problemlösung. Treffend bemerkt dazu Anton Mirko Koktenek. Die Selbsttherapie, deren immerhin Goethe aus seiner wundersamen unversiegbaren potenzfähig war, vermochte Spengler nicht zu leisten. Es fehlte ihm nicht an poetischer Imagination. Sie trug alle Farben seiner Zeit, den Kult des Einsamen, des Fremdlings, des Wanderers, die Begierde zu leiden und leiden zu machen, den Nazismus der schwarzen Romantik und ihre manieristische Metaphorik. Spengler selbst verglich sich einmal mit Ahasva. Seine unendliche Strafe, alle Kulturen durchschweifen, ohne in ihnen zu sein. Tantalus qualen vor diesem wundervollen Glück, diese unendlichen Leiten. Er kennt alle Momente der Kultur, der Seele, der Liebe, alle Probleme. Er versteht, es gibt keine Erkenntnis, kein Glück, kein Sein, kein Ziel. Es gibt nur Werten und Wollen, die Tragödie des Menschen, der sich verstehen will.